Gesundheit! Boah, dem anderen haben wir es aber richtig gegeben. Eine Granate nach dem anderen. Ja, das stimmt. Aber Granaten sind bei mir ganz schön alle. Bei mir auch. Damit mal Zeit, ne? Wir haben mehr Munition bei dir. Dann kriegen wir ja auch einen Boost. Hallo! Hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? Wir bräuchten ein bisschen Munition. Jo, und Granaten. Okay, ich guck mal gerade nach. Computer sagt nein. Wirklich? Nichts an Granaten? Moment. Haben Sie vielleicht irgendwie so Sprengefallen oder noch was ähnliches dabei? Einen Moment, ich telefonier mal kurz. Telefon sagt nein. Gibt es hier nichts? Einen Moment, ich guck nochmal nach. Computer sagt ja. Wo? Wo? Da. Ein ganzes Regal, voller nichts. Da können Sie sich gerne bedienen dran. Alles klar. Danke. Bitte gern geschehen. Beehren Sie uns bald. Leider wieder. Oder wenn Sie möchten, auch gerne nicht. Und mit dieser Humorschan Little Britain. Sag mir hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, liebe Minutaren und liebe Zuschauer. Ah, der langweilige Helmi hat es hinbekommen, langweilig zu sein. Was? Hallo. Boah, bist du langweilig. Au. Alter, jetzt hast du komplett übersteuert. Das ist wirklich so richtig extrem übersteuert. Ich bin aber auch ganz, ganz nah ans Mikrofon. Wir sind nicht von hier, also haben Sie vermutlich noch nie vom Iceman gehört. Der hat vor ein paar Jahren die Nachbarschaft terrorisiert und das Pärchen ermordet, dem die Trockenreinigung gehörte. Oha. Es heißt, er sei zurück. Hat ein paar Bullen umgelegt und sein Zeichen hinterlassen, damit es jeder erfährt. Vielleicht nur ein Zufall, dass er zur selben Zeit aufgetaucht ist wie Sie, aber wer weiß. Also, beweisen Sie, dass ich mich irre und schnappen Sie ihn. Alles klar, dann machen wir jetzt fertig. Soll gerade fürs Übersteuern. Iceman. Hm, das hört sich an wie so ein Eisfachverkäufer. Richtig. Ich hätte gern Schokoladeneis. Ich hätte eins. Ich hätte gerne Bratwurst. Blutkirschrot. Eis. Blutkirschrot. Eis. Hier direkt. Also, Leute. Vorsicht. Scheiße. Alle mal ein BBA? Ja. 3, 2, 1, go. Werfen. Okay. Meiner muss erstmal außen rumfahren. Meiner muss erstmal außen rumfahren. Geil. Oh, oben. Oh, jetzt hat er verkackt. Hallo, PBA. Kannst du mal was machen? Oh. Der kommt bei mir vorbei. Der ist toll davor. Ja, bei mir auch. Hallo. Leut. Macht er überhaupt was? Ja, das war ein süßer Schnau. Oh, Schockwellenschlechtkind. Der macht mehrfach Detonation. Ja, geil. Zeit für meine neue Errungenschaft hier. Auf. Oh, vorne. Der ist erlegt. Boah, Gott. Banate! Eko! Oh! Ah, Scheiße. Da kommt er raus. Wow, Gott. Okay, kann nicht... Ey, ich brauch nichts zu machen. Nichts, okay. Oder doch, 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 ihr müsst was machen. Mein Ding ist gerade kaputt gegangen. Komm hoch. Komm, 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 ich bin unterwegs zu dir. Wo bist du? Ich bin gerade voll geblendet. Na, jetzt ich. Danke. Okay, ich hol mir eine andere Position. Und meiner kommt auch. Nee, bitte aber nicht. Man muss doch langsam mit Flammen aufgehen. Oh, shit. Die sind halt so parallel nebeneinander. Das ist das Dohre. Da sind zwei Leute an uns. Das ist das Blöde. Alter, die halten ja sowas mal viel aus. Ja. Oh, du elender Pisser. Sehr schön, du hast ihn jetzt ordentlich geblendet. Du bist jetzt meine Chance, ihn zu Köln. Der ist jetzt voll ab. Boah, das bringt ja aber ein Garnes. Ich mach als, ich mach als, ich mach diese komische Brandmine. Den ersten hab ich schon. Den zweiten bin ich dran. So. Autsch. Nein. Scheiße. Ich will dir in die Eier treten, du Pisser. Ja. Danke. Ui. Stufe 20 erreicht. Bin mal gespannt. Na, aber mir noch nicht ganz. Na, jetzt müssen wir weiter vor. Wir sind kommen aber schon ganz gut voran, würde ich sagen. Ui, da kommt das. Achtung. Tür geht auf. Okay. BBA. Oh, jetzt müssen wir... Das nenn ich mal... ... genug. Alter, diese Explosion. Die Haaren sowas von verkackt. Nur noch ein Medipack. Braucht ihr nicht. Danke. Das war der... Nee, das war der nicht. Scheiße. Der ist geblendet. Der kann jetzt erstmal nichts machen. Das war Versehen. Also wir sehen einfach mal den Fähn. Nicht. Erwischt. Munitionskiste erwischt. Nice. Und fangen zu brennen. Ich krieg das richtig raus. Autsch. Könnt ihr mal kurz? Wo bist du da? Am Crazy Ar... Äh, Crazy Dies Arsch. Oh nee, allein im Arsch. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich, Iceman. Zeit zum Schmelzen. Sie haben also den Iceman kaltgestellt, hä? War das Ihre gute Tat für heute? Oder wollten Sie nur Ihre Konkurrenz ausschalten? Antworten Sie nicht. Alter, der Typ geht mir so auf den Sack. Irgendwie schon. Level 20, Leute. Auf jeden. Level 20. Ey, langsam sind wir Profis. Boah, Level 20. Half-Life 3 confirmed. Was? Ach, lol. Was? Alles klar. Entschuldigung, wenn du in einem Blatt-Labor hast, äh, wenn du in einem Marihuana-Labor hast, da kommen nur dumme Dinge raus. Kiste, 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 warte, Kiste. Da. Nice. Ich bin jetzt mal gespannt, was kommt da raus. So, Lüt, 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 Lüt. Ja, ja, nicht schlecht. Okay, ich habe jetzt gerade eine Weste gefunden, die ist doppelt so gut wie meine alte. Nice. So, dann können wir mal hier, ähm, alter Knopf, können wir die nehmen. Ich habe auf jeden Fall eine viel bessere Waffe gefunden. Gute Zeit. Boah. Einmal eine, äh, ein Holster, das hat 87, das ist Level 20, äh, Level 20. Und ein Keramikplattenholster, auch Level 20, mit 154 Rüstung. Boah. Okay, klingt auch nicht schlecht. So, ich habe auch noch gerade noch einen Kompensator bekommen, irgendwo, den setze ich natürlich ein. Geht zurück. Das wollte ich, danke sehr. Dann die zwei habe ich markiert, so, was haben wir hier? Nice, eine neue Waffe. Ja, 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 ja. So. Und damit, wie es sitzt. Oh, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Komm, 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 komm. Granate! Granate, scheiß! Oh, im letzten Moment noch. Alter, meine Waffe geht ja richtig ab, wie Schmitzkatze. So ein Minion, so ein Minion lässt einfach links droppen, ah, scheiße, einen blauen Loot droppen, ey. Wie geil ist das denn? Weg da, weg da, weck da, Helmi, weg da, Helmi, Helmi, weg da! Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Warte, brauchst nichts zu machen, die... So. Fertig, lustig. Und du auch noch. Lustig, lustig, tralalala, beides Nikolaus. Warte mal, falscher Tag. Komm hoch. Ihr könnt nicht mal kämpfen! Ihr könnt nicht mal kämpfen. So, ähm, ich widerspreche. Ups. Ähm, gut. Dann haben wir als nächstes in der Nähe eine... ...geilbe Technik-Kampf. Machen wir den mal, okay? Ein gelbe Technik-Kampf? Gelbe Technik-Kampf, Rierer. Alter, geil. Ja, können wir mal. Voll die fette Kampfe, Junge. Ey, wir sind ja voll dicker, Alter. Telefon, 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 Telefon. Ey, wir sind voll breit, Junge. Ja, nimm. Es ist lange her, mein Freund, seit ich dir von meinem Abenteuerl erzählt habe. Oder eher von meiner Pflicht der Stadt gegenüber. Also, ich bin von vielen dieser entflohenen Sträflinge angegriffen worden. Doch ich hab mich gewehrt. Die waren in der Überzahl, aber ich, ich, äh, ich bin nur schön entkommen. Danach war ich nicht mehr da. Es ist zu gefährlich. Meine Aufzeichnungen, meine Apparate, alle meine Werkzeuge der Gerechtigkeit müssen zurückbleiben. Aber ich finde ein neues Versteckung und ich werde meine Rache planen. Und wenn die Zeit gekommen ist, zeige ich ihnen wieder die Macht der Gerechtigkeit. Ups. Alles klar. Das Applikatorische, alles klar. Puh. Joa. Das ist ein verrückt geworden, der Typ. Joa, ein bisschen ist gut. Nicht so verrückt wie ich. Du verrücktes D. Hallo? Spring rüber. Jetzt müssen wir den ansprechen. Los geht's. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorrechten? Danke. Nein. Ei, ei, ei. Alter, wie weit denn bitte? Geh links. Ich geh links. Okay, dann geh ich eben rechts. Eko, ich sehe dich. Wow, fuck. Fick dich. Wir alle bei uns? Äh, Leute? Scheiß. Sorry, Eko. Das war jetzt sehr überraschend. Ja, was ist jetzt mit meinem Neustart? Warte, hier. Warte, wiederbelehm dich gleich. Dauert nicht lang. Äh, zu spät. Ich bin schon auf dem Weg. Der Tote soll die Fresse halten. Alte TTC-Reweisheit. Naja, Tote dürfen ja nicht sprechen. Betreten eines sicheren Bereichs. Ähm, ja genau. Und dann schweige ich einfach in meinem Let's Play. Solange durch. Sicheren. Wer tot ist, kann nicht sprechen. Das ist eine TTT-Weisheit. Macht ja Sinn. Wie gehst du denn lang? Häh, ich hab. Was denn? Wie ist falsch? Aber egal jetzt. Ist auch wurscht. Ich hab denselben Weg gebraucht wie du. Ich hab nur geschafft. Hey, stirb doch endlich. Stirb heißt es. Wenn in der Nähe von sterben ist, stirb. Gesundheit. Du willst mich wohl verarschen. Ich helfe dir. Achso, du bist so weit. Ach, da bist du. Moment, komme ich schon. Ganz so schnell ich kann. Eko darf nicht vererkennen. Ich bin schon tot. Ach nee. Wollte nicht dein Tag, hm? Nee. Ganz gewiss nicht! Geh mir aus dem Weg. New York, New York. Hier hört Rick Valassi. So, das war's. Alle erlegt. Ach. Äh, äh, Eko, port dich einfach zu uns. Warte, loot wohl. Du dich super schnell aus, ja. Ähm. Au. Ah, fuck. Wir treffen uns beim neuen Einsatz. Ich glaub, da ist ne Antenne kaputt oder irgendwas stört unsere Verbindung zum Hauptquartier. Sie lassen mich hier nicht raus, aber Sie. Vielleicht trauen Ihnen die Leute hier genug, sodass Sie daran rumbusteln können, ohne dass jemand was sagt. Sie kommen schon. Du willst dich mit mir anlegen? In das, du hoeren Tod! Wähle das besser! So, der ist tot. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt hab ich die SMG rausgeholt. Ja, die zwei müssen nie mehr. Auf die Backe, auf die Fetze. Ich bin beim, äh, Ding angekommen, ne? Alles klar. Komm schon. Das ist das geilste Viertel ever. Hallo, hau. Wir sind das neue Mannsdrauch. Gott, das Willen, ey. Ja, Schneiditchen ist auch schon unterwegs. Vorsicht! Oh, Scharfschütze. Da hat mich mit einem Schluck die Hälfte abgezogen. Hälfte, was will ich vor? Oben. Scharfschütze. Da ist gleich keiner mehr. Jupp, der ist weg. Pasch doch. Uh, ganz schön abgebrodelt. Schau mal, der ist in Flammen aufgegangen. Alter, ups. War keine Absicht. Doch, doch, es war Absicht. Ich bin sauer. Es war sowas von Absicht. Okay. Wir müssen da hoch jetzt. Na, nur da. Zack. Alles klar. Wird ne schöne Kletterparty. Es ist ein Squidless grüßen. Ich hab vom selben. Wollte auch grad sagen. Das wird eine Kletterparty. Ei, 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 ei. Was ist denn hier los? Da geht's raus. Hey, du kannst uns gerne nachfolgen, ja? Da ist ein Scharfschütze. Zack. Ach, da. Ich sehe sie. Ich sehe gar nichts. Kannst du mal ein bisschen auf die Seite gehen? Ich hab... Ich will auch mal. Autsch. Hab ich. Oh, no. Ich sehe so gar nichts. Ne, da musst du Solo schießen jetzt. Ohne... Let's go. Ja, der eine sitzt direkt da drunter. Da komme ich nicht hin. So, was muss man machen? Die Antenne reparieren. Weiter hoch. Da geht's runter. Treppe hoch. Ach, da ist das ein guter Ausblick. Hier. Den habe ich. Headshot. Ein header. Ein header. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ne, stimmt. Hab ich nicht. Ob die auch neue Friseuren haben? Header-Style. Boah, alter schlecht. Okay, und jetzt müssen wir ganz nach unten. Ja, da ist der Seiz-Style. Ich fahre kein Fly. Scheiß ein Fly, Seiz-Style. Boah. Fly aktivieren. Und runter. Lässt du wieder den... Boah. Ich empfange eine neue Siegesmeldung. Klar und deutlich. Machen Sie weiter so. Dann wird noch eine Straße nach Ihnen benannt. Oder eine Gasse. Oder eine Parkbank. Do you have things? Ich darf alles fallen. Das macht sich bereits nicht da. So. Stimmt, du. Yeah. Ich hatte alle. Ich kenne alle. Ich hatte alle. Du bist der Nächste. Yeah. Du bist dran. Aber das klappt. Ach, ach. Alter, wie viele das hier sind, das ist ja wirklich ein Skidu. Ein Skidu? Das war ja noch, ich bekomme gar nicht, ich weiß nicht wie ich hier rauskomme. Das Gummibärchen comes back. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine? Wenn du sie brauchst, das sind die Gummibären. Ja, aus was bestehen Gummibären? Schweine-Geratine wahrscheinlich. Also theoretisch ist es sogar richtig. So, jetzt muss man halt nach dem Nächsten. Da, da, da. Oh ne, die Akte ist irgendwo da oben. Scheiße. Dann hier. Der nächste Kampf ist gleich um die Ecke. Lol, aber zuerst müssen wir diese Folge bänden, liebe Militaren, weil es schon soweit ist. 30 Minuten wahrscheinlich, oder? 24. Plus minus die Vorbereitung vom Intro und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben wäre schlecht, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ihr wisst hier, wo der Abo-Button ist. Einfach draufdrücken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Die zwei Vögel hier auch. Zipp, zipp. Daumen hoch wäre nicht schlecht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao-sen. 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 Ciao.